Oh, da steht er. Tolle Figur, oder? Toll, oder? Super. Oh, schau mal hier, wie liegt da hinten? Super Design auch außen. Schick, schick, würde ich sagen. Komm, wir steigen gleich. Er ist on fire, er ist on fire, mein Armel, er ist on fire. Oh, nur mitgenommen. Nur ein bisschen. Sieht gut aus. Oh, oh, oh. Der ist auch beweglich, oder? Ja, der ist einfach so. Kurze Ländicke. So, jetzt rein dich. Boah, Gott sei Dank. Eng, eng, eng. Ja, gut genommen. Das ist wichtig, das ist wichtig. Ja, leck. Martin Tomczek, Martin Tomczek. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ja, das ist ein Grima. Oh, klasse. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ah, du, nicht ein Stück. Wechseln! Jetzt hast du noch wieder... Ich schnack's dir irgendwann drauf! Komm, wechseln. Ich bin bereit, Junge. Bin ich warm. Das gefällt mir, das gefällt mir, das gefällt mir! Du bist halt einfach ein Rallye-Fahrer. Du bist einfach einer für die DCM. Da gehörst du hin. Du gehörst nicht auf dem Platz oder auf die DCM. Er fährt sich auch gut. Das muss ich sagen. Wow! Super Fahrgefühl. Gefällt er dir? Super zum Fahren. Ich glaube, das ist immer das Wichtigste, dass er gut auf der Straße liegt. So klein und kompakt wie er ist, hat er eine gute Lage auch in den Kurven. Das gefällt mir gut. Wir sind zufrieden. Wir sind sehr zufrieden. Schauen wir mal, ob wir so einen nach Hause kriegen. Genau. Fahre mal. Das war's gut.